Hey Leute, heute geht es um Join Message und das ist ein wirklich sehr einfaches Plugin. Das heißt, viele von euch wollten ja mal wissen, wie man denn diesen Join Text, das heißt, wenn man auf dem Server Join, verändern kann, von der Farbe und der Textart her. Und ich habe da ein Plugin gefunden, oder wie gesagt, kam mein Kollege TutorialMakerD, der auch Autor des Plugins ist, zu mir an und meinte, ja, ich habe hier jetzt mal ein Plugin gemacht, ne? Und zufällig war es das, das, was ihr euch gewünscht habt, ja? Also, ihr könntet ganz einfach, ja, eure Join Message verändern, mit der Farbe und so weiter. Und, ja, das ist eigentlich ganz easy. Also, wie gesagt, hier kommen wir einmal zur Seite, hier stehen nochmal, ja, die wichtigsten Sachen, wie man das installiert, wie die Config aufgebaut ist, dann gibt es auch nochmal zwei Comments, das heißt, einmal Join Message Info, dann könnt ihr einmal sehen, ja, was da gerade eingestellt ist, einmal Join Message Reload, das heißt, wenn ihr da was verändert habt, könntet das ingehen nochmal reloaden, dann ist es gleich schon so aktiviert. Ja, ansonsten, wie gesagt, TutorialMakerD ist der Autor, und, ja, sein Channel ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Okay, wenn ihr das runtergeladen habt, dann befindet sich hier eine Jardatei, die ihr in euren Pluginsorten einfügt, ja, das sollte ganz einfach sein, einfach reinziehen und installiert. So, jetzt müssen wir noch einmal kurz den Server starten, weil da, es stellt sich nämlich ein Ordner, so, und in den gehen wir jetzt einmal rein, haben wir hier Join Message, und hier haben wir die Config. So, jetzt sehen wir hier oben schon mal die Messages. Das heißt, wenn man joint, kommt hier nochmal Joint to Game, ne? Können wir ja schreiben, hat das Spiel, groß, betreten, ja, halt ganz easy. Und, äh, als Left nehmen wir mal irgendwas Witziges, äh, ist abgehauen oder so. Ja, keine Ahnung. Und da könnt ihr engen Scheißen schreiben, das heißt, ihr könnt euren Server ein bisschen individueller machen, ja. Ähm, bei der, äh, Color, das heißt, und A ist, glaube ich, jetzt grün oder so, das ist ja dieses Paragrafenzeichen. Ähm, das wird dann halt so angezeigt, dass das dann alles grün ist, ja. Und die ganzen Codes, diese Color Codes, könnt ihr jetzt nochmal sehen, das hat er netterweise nochmal dazu geschrieben, finde ich auch echt cool, das vergessen die Entwickler meistens immer. Und hier könnt ihr nochmal ansehen, was das denn zum Beispiel alles ist, ne? Da können wir ja zum Beispiel sehen, äh, A ist jetzt hier, wie ich richtig getippt hab, grün, ne? Da können wir es zum Beispiel irgendwie in, äh, gelb umändern und, äh, das Leften zum Beispiel in dunkles Rot. So. Und speichern wir nochmal ab und wir testen das jetzt mal, indem wir auf den Server gehen. So. Mal kurz Minecraft rein. Und dann bekomme ich schon eine andere Joint Message, ja. Also auf die Idee muss man natürlich erstmal kommen und das ist echt klasse. Und, äh, Updates folgen natürlich auch immer schnell. Hm, hm. So, Logging in. Und unten steht jetzt einmal, ähm, ja, Mamuschkas hat das Spiel betreten. Und wenn ich jetzt gehen würde, das kann ich jetzt, glaube ich, schleißen zeigen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, ja. Wie zeige ich euch das denn? Also, das, das, das funktioniert ja schon, ne? Ihr seht ja schon, hier hat das Spiel betreten und, äh, wenn ich jetzt disconnecte, dann würde das da halt auch nochmal stehen, ja? Also, einfach, ja? Okay, das war's eigentlich von dem Plugin. Äh, ich hoffe, ihr habt daraus was gelernt. Und, äh, ja. Das war's von mir. Hier oben seht ihr jetzt nochmal ein, äh, Tutorial eingeblendet. Das ist ein anderes Plugin von Tutorial Maker HD und dem Hoppelmann. Äh, darauf verweise ich auch nochmal, das ist auch easy und erleichtert das Serverleben. Und, äh, ja, vielleicht habt ihr Self-Promote ja noch nicht gesehen. Okay, äh, das war's von mir. Bei Fragen könnt ihr mir gerne einen Kommentar senden oder eine PN. Und, äh, besucht doch mal den Tutorial Maker HD auf seinem Kanal. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Also, wir sehen uns im nächsten Video.